einen wunderschönen guten tag willkommen zurück minecraft ragnar mod 6 mit dem yogi krim und ping ist wieder gut hallo ja das waren die letzte aufnahme folge hier sind noch ein spiel ich baue das ganze land jetzt hier weg eisen nehme ich mit portion of healing nehme ich dann block of quartz insgesamt ganz nice aber ich glaube für jetzt erst mal nicht so wichtig habe ich da unten in die truhe getan so viel kram ich habe noch zwei ich tue mir noch zwei kurz blöcke rein wenn du sie mitnehmen willst grundsätzlich ganz neu ist ich finde es halt ganz nice als baumaterial und so ja optisch die string nämlich nicht mit das schild nämlich nicht mit noch ein trauma jetzt nicht weg ich habe slime board wo es ist er nicht auch so man vielleicht eine kiste zusammen schmeißen und dann so aber hallo das wollte ich auch nicht ein trader wenn du eine pickaxe mit fischen fünf buch gibst kriegst du fischen c6 und er gibt uns aber auch eine frage worten flash ja gut ich könnte immer wieder traden aber guten tag der her was ich sagen wollte sollen meine christian machen zusammenwerfen ja können wir machen da vorne sicherlich eine leere kiste die wir nutzen können ja ich denke auch die ist nicht mehr die ist auch nicht mehr die ist auch nicht leer es gibt keine leeren kisten ja was mache ich halt eine leer dann hast du da wieder ganzen müll drin den habe ich sowieso im inventar kreieren ich bin es ich mag es doch schade finde tatsächlich dass wenn man sachen im rucksack hat er die nicht automatisch aufnimmt und stackt ich habe dafür brauchst du uns jetzt glaube ich immer sicher weil das fände ich ja so ein ziemliches luxus update sage ich mal wieso stehst du jetzt so in der ecke was machst du ich habe ein bisschen sortiert also einfach weiter loten gehen ist jetzt ja würde ich auch sagen also wenn wir irgendwas wertvolles scheiß heraus schmeißen da kamen wir hier waren wir überall immer zurück bücherregal wäre nicht so blöd aber hier rein oder hier rein hier rein leero schön günst vorne links und rechts ich kann schon wieder nicht vernünftig zuschlagen cool ist einfach eine höhle okay die ist auch ausgeleuchtet ähm ja bleibt die ruhig mal da in eurem reim drin tick weiter die aktivieren hier selber ihren spawner plate ja ich habe irgendeinen zauber auf mir es wird dunkel kreier das wird dunkel um mich rum also hast du okay diese scheiß präse wird irgendwie abbauen aber erst mal ein kleines schweine steak so er hat mal was essen jetzt hier wo die schuhe leuchten interessant letter boots ja nämlich nicht mehr ich sehe nichts mehr um mich rum ist alles hell bist du ins licht gegangen ich bin es also ich bin ins licht gegangen aber sowas von so wo war der runtergang nach unten holy shit ich weiß nicht mehr wo es nach unten geht ah wieso kann ich denn kein nicht mehr was 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 ah jetzt wir haben wieder eigene scheiß magie die viecher holy shit ja dann weißt du noch in welchem gang es nach unten geht ja gut es gibt ja nicht so viele möglichkeiten es waren drei gänge insgesamt und irgendwo links du bist runter in einen gang ging es rein bei den anderen ging es nicht rein also es gibt nur einen runtergang sprich du wirst schon finden ich sehe auch gerade hier sind hosen die ziehe ich mal an ja zieh dir mal ne Hose an endlich rennt der junge nicht mehr nackt rum ich habe schon den nächsten runtergang hier bei mir karotte ist jetzt nicht so wichtig das lasse ich mal hier ist auch nicht gebraten oh und meine connection ist wieder bescheiden was das kann keine ahnung was das ist die sind anscheinend auch ganz gut no potion of haste black lotus sieht gut aus ist vor allem den von botania ich glaube ich muss mich mal irgendwie informieren was das mit diesen ability totems da zu tun hat wie das funktioniert ja davon haben wir tonnenweise auch in der mine bei uns ja oh daraus geben wir eisen altnuggets ok die stacken leider nicht ja mein inventarplatz ist langsam ähm deutlich eingeschränkt würde ich sagen wollen was ist das also da wo ich bin ist äh ah du bist ja da gute Nacht gut tschüss so brauchen wir mein Schild nicht mehr aktiviert weil ich kann nichts mehr hab kann ja nicht sein oder ein Schild Achtung Monster vor dir Monster Geist was auch immer wait you're not from minecraft ich wollte doch nur grad mein Schild suchen spiel du kannst mich doch nicht so ok das heißt aber du hast hier schon alles leer gemacht nehm ich mal an ja da gibt's halt noch ein paar Dinger ich weiß nicht ob du das Zeug was da hattest äh mitnehmen willst aber ich hab's halt ich bin Verzauberung Traveller weiß ich nicht ok dann können wir wegen mir in den nächsten Gang ich hab zwar kein Schild mehr interessanterweise aber egal ok gut dass du vorrennst wenn du kein Schild mehr hast ja Schild ist überbewertet ich geh mal längs rum und mach da schon mal klar Schiff die lecken ja eh durch mich durch äh spinne ja bei mir ist auch ein Spinnenspawner TNT Agility oh oh Membran ist halt schon geil oh Skeleton verzaubertes projectile protection ja neben disarming fire protection keine so schlechten Bücher tendenziell oh oh nein keine Zeit für die Skelett muss da ein Spanner ausleuchten oh das macht Damage ich bin gleich wieder tot scheiße schnell ein steak Moment da war gar keins ich könnte deine Hilfe gebrauchen ja mein ping hatet mich nämlich hm normale pickaxe ja ich dachte grad du wärst ein Zombie äh hast du noch Steaks und so in meiner Leiche schon willst du doch Potions haben ne grad nicht äh wo lang hier lang hier also da da rechts schießt wer und zu denen hier ja der ist der böse Bub oha Achtung 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 kannst du äh Wände bauen äh ne ich hab nix einstecken zum bauen holy shit der hat mich gewonshottet noch einer pass auf ach ne du bist tot der hat mich gewonshottet nein der hat mich ja gewonshottet ja 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 uuhh uuhh hallo oh kommt der jetzt hoch der war doch nicht hinter mir ne treppe ist safe Moment falsche falscher ah da ist er er geht hoch er ist grad hochgegangen er bringt dann nur noch einen Bogenschützer um ja wo ist äh meine Leichtatter ich kann halt nichts gegen ihn machen er wird theoretisch meine items transfert ich muss nur noch warten bis ich sie auch habe sehr schön ich habe sie ich hab jetzt oh mein gott der sport direkt vor mir ja ich kann halt nichts machen da sind fünf zombies um meine Leiche rum ja ich geh jetzt mal hier raus und gib dir dann wenn ich das überlebe mein schwert also irgendwelche materialien bist du bei mir ja ja guck mal ich gebe dir mal das schwert was soll ich mit dem schwert du hast bessere rüstung als ich gib dir auch die rüstung ich habe auch nur noch vier herzen ich gebe dir auch ein sandwich ich habe zwar auch noch ein schwert ich helfe auch mit ne so ist nett aber äh du triffst halt wenn du schlägst hab ich mein backpack noch nicht mitgenommen ja ich muss auch noch mal hinterher mein backpack ist noch hinten ja ich kannen einen hab ich umgebracht nein hör auf zu schießen ich baue dich ein ich hab wieder baumateriel Ja, diese Dinge möchte ich haben, Leiche. Gib sie mir. Dankeschön. Äh, Monster, ja oder nein? Nee, du warst das. Was denn? Nee, das warst du nicht. Ich bin hier oben. Mach hier mit meinem Block hin, ich hab keinen Block. Wo? Hier vor die Tür. Komm. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. An energetic beverage. Low stone extract. Äh, das ist das schon. Okay, ich tu jetzt mal hier Zeugs hin. Ja, ich mach hier auch gerade eine. Sortierung. So, unbreaking fear, mending protection fear, ist schon geil. Da kannst du nicht mithalten. Ihr auch nicht. Ja, so Rüstung nehme ich wieder, ne? Ja, ich hab jetzt die Rüstung reingetan. Okay. Bin hier am umräumen. Ich muss unbedingt rausfinden, was es mit diesen, diesen Totems auf sich hat. So, ich hab hier Bücher. Ich tu mal hier auch ein paar stone bricks hin, damit ich im Notfall bauen kann, wenn was ist. Äh, da ist auch wieder dein Steak. Hast du allgemein noch Essen? Ja, ich hab noch, äh, zwei Steak-Sandwiches und paar Äpfel zum Not auch und ein paar Baked-Potatoes. Ah, da ist noch ein Steak-Sandwiches, kannst du auch haben, weil ich hab noch Steaks-Ruhe gefunden, äh, gebratene gefunden. Äh, hast du ein Schild? Nein. Hinter dir an der Kiste ist ein Schild. Nice. Achso, mein Schild hatte ja wenig, logischerweise hab ich das nicht mehr. Okay, also hier ist durch. Ich weiß nicht, inwiefern da noch was gut drin ist in der Kiste. Äh, Spawner kann man einschmelzen, dann kriegt man Spawnerscrap. Die kriegst du auch, wenn du abreißt, einfach nur. Achso, das kannte ich so doch nicht. Ah, dann verliere ich dummerweise die, die Fähigkeit. Ich muss ein Schwert mitnehmen, ich würde das gern behalten. Brauch mir aber, ähm, ein Amboss, damit ich eventuell das Schwert reparieren kann in Zukunft. Weil das ist schon ein geiles Schwert. Was hast du für ein Schwert? Ähm, Sharpness 6, Magnet 5. Oh ja, das ist, äh, ziemlich geil. Das von dem ersten Assin-Monster da. Äh, was haben wir hier? Rüstung 2, Rüstung 2, aber noch Protection. Nehmen wir doch gerne. Also noch Pfeile nehme ich jetzt auch mit, jetzt wo ich den Bogen hab. Ja, ich würde sagen, können wir dann weitergucken, hä? Oder du bist schon... Da hinten, wo wir eben waren, gibt es auch noch einen zweiten Gang. Eine Uhr brauchen wir nicht. Oha. Oha. Das sind so viele Sachen, die ich einfach nicht kenne. Brutal, ne? Äh. Das, wie tun wir mal raus. Ich esse jetzt gleich mal Gu. Wir müssen unbedingt rausfinden, was es mit diesen Totems auf sich hat. Ja. Weil ich trag davon jetzt 10 rum. Ich hatte in der Mine, wo ich ganz am Anfang war, hatte ich da auch welche mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob wir die daheim haben oder ob ich sie dann weggeschmissen hab. Oh, sophisticated Backpacks. Haben wir nicht von sophisticated Backpacks ein Backpack? Oh, haben wir. Äh, ja, ich mein schon. Warum? Weil das ein Upgrade ist. Oh. Ein Pickup Upgrade Max Backpack Pickup Items. Interessant. Müssen wir mal gucken. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt hier großartig in die neuen Regionen gehen, machen wir einfach einen Ticken früher Schluss. Und, äh, offscreen werden wir uns mal informieren, was die Totems eigentlich so bringen. Ja. Damit wir wissen, äh, was sie bringen. Was hier überhaupt geht. Richtig. Also bleibt gesund, haut rein und bye-bye. Auf Wiedersehen.